Okay, hi, ich bin der Flo Seah, den Produktmanager Nordica Ski. In unserer Friesky-Kollektion haben wir eigentlich zwei große Neuerungen in dieser Saison. Von dem El Capo einen kleinen Puder an die Seite gestellt für die Nachwuchsrader zwischen 12 und 16, 17 Jahren. Gibt es in drei verschiedenen Längen. Mittelbreiten rund um 95 mm, das heißt, das Ding funktioniert im Tiefschiff, funktioniert auch auf der Piste ganz gut. Und die zweite größere Neuentwicklung ist im All-Mountain Twin Park Bereich, das ist der OMW. Den Namen kennt man schon aus der vergangenen Kollektion. Wir haben den Ski komplett neuem Chef gegeben, kürzere Tips & Tails. Die Mittelbreite ist bei 89 mm, leichten Tief- und Tailrocker. Sehr, sehr viel Pop, ist richtig ein tolles Teil für den Park. Und ja, würde uns freuen, den Ski auch in eurem Fest wiederzubilden.